Ich begrüße euch heute zum Thema Bremssattel-Reparatur-Koffer. Als erstes erzähle ich euch was über Laufschuhe. Habe ich mir neulich als Jogger neu gekauft, habe die dann in der App registriert. Da sagte mir die App, nach 800 Kilometern brauchst du neue. Warum? Die Dämpfung ist in der Märchenordnung. Das heißt, der Schuh muss entsorgt werden. Wisst ihr bei den Gummiteilen, wie das wieder zu verfahren ist? Wir sagen ganz klar, nach 80.000 bis 100.000 Kilometer austauschen. Wie ist es aber im Werkstattalltag? Ihr habt einen Bremsbelag bestellt, ihr habt die Bremsscheibe bestellt. Dann kommt das Auto rein, ihr führt diesen Bremsbelagwechsel durch. Und dann seht ihr, die Führungsbuchse müsste eigentlich erneuert werden. Habt das Teil vielleicht nicht da. Wir bieten euch die Lösung an. Der Bremssattel-Reparatur-Koffer. Mit einem schmalen Sortiment. AT-Originalteile für das komplette AT-Bremssystem, was millionenfach im Markt ist, in einem kleinen Köfferchen platziert. Da haben wir diese Gummiteile, diese Führungsbuchsen aus dem gleitfähigen Gummimaterial. Bitte die Führungsbolzen nicht befetten. Da gibt es manchmal fehlerhafte Montageinformationen im Markt. Holt euch die Informationen vom Spezialisten, der das Bremssystem entwickelt. Wir haben eine Hotline, wir haben ein Extranet. Ja, und bevor ihr diesen Wechsel durchführt, ist es manchmal so, brauche ich noch etwas Spezialwerkzeug. Hier diese Hohenbürste. Ist dem Sattel-Reparatur-Koffer mit dabei? Damit säubert ihr einfach, sicher und schnell, effektiv die Bohrung. In einem Rutsch Akkuschrauber ran, die Drehzahl, dann ist die Bohrung sauber. Dann kann das Gummiteil, die Führungsbuchse, einfach montiert werden. Achtet auch bitte darauf. Die Führungsbuchsen haben teilweise Teflon-Einsätze. Die sind nur auf der Scheibeneinlaufseite einzusetzen am Bremssattel. Wo das ist, wie das ist, nutzt wieder unsere Hotline. Fragt unsere Spezialisten. Wir helfen euch gern. Ihr seht, mit diesem Köfferchen seid ihr perfekt aufgestellt für eine fachgerechte Bremsenreparatur. Und wenn ihr mehr zu unserem Bremssattel-Programm sehen wollt, schaut euch bitte den Expert-Talk an. Und wenn ihr mehr zu diesem Köfferchen seid, gibt es auch noch ein paar Sorgen. Tschüss. Ich hoffe, dass ihr nicht begeistert habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir machen euch mehr zu diesem Köfferchen. Vielen Dank.